hol den schlüssel 3 5 4 1 haben wir schon gut der günstler ist fertig generös ich habe es geschafft der riecht aber lecker mit der fassaden schmeckt nach kopfschutz hat da jemand das schrot nicht auf den fassaden geholt ich glaube fassane werden nicht mit schrot gejagt ja wissen wir doch kommen wir brauchen noch was gib uns was geben uns was womit wir arbeiten können ich dachte auch kurz vielleicht diesmal so letztes mal vielleicht irgendwas night time kitchen ist auch nichts mehr ich brauche noch frisches leichte magen dann grill dich doch selber vielleicht können wir in den keller oder wir haben auch keinen knopf gut rechts möchtest du zum schwein ja da liegt die sau so eine faule sau ok wir haben eine axt rechts oben bring mir ein sandwich nur ein sandwich das ist der spalthammer des verdämmens mhm 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 da haben wir schon mal hol mal die tomate ja ich wollte sogar grad sagen hol mal die tomate aus der schublade aber naja salat geht auf und streichel dir alle streichel ja gut zum inventar scheiße oh geil schweinescheiße gut ja machen wir ihm ein schönes sandwich hier mit schweinescheiße und salat mit schweinescheiße und salat ernsthaft rat ernsthaft können wir schon nehmen oh ja gut lecker mhm schweinescheiße und salat ja was macht der affe was macht der affe ja der klatscht nice ja oh man so oh gott hä ok achso ach guck mal hier da 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 ja da 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 toilet paper toilet paper toilet paper always wrong die können wir drehen genau jetzt drehen wir mal oben wir brauchen oben blau oder oben war komplett blau und waren alle rot genau das müssen versuchen jetzt alle blauen genau wir können abnehmen blau musst du nach oben ich ja ok jetzt oben drehen zack 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 schön was ist das eine opium pfeife naja klar opium bringt opium ach ja und opium klar mon selbstverständlich und da haben wir unser opium opium ich meine aber einfach nur mon ist noch kein opium oder ist einfach nur mon ich glaube nicht da brauchst du bestimmt noch was der 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 the der der die der 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 und Abhängigkeiten informiert und deswegen möchten wir dich einladen nach Rusty Lake zu kommen um unsere exzellente ja, Mentalhilfe und natürlich auch die schönen Fishing Facilities die Einrichtungen Fischeinrichtungen, ja ich überlege nur gerade Fischeinrichtungen übersetzt Anglerstelle, keine Ahnung ja, irgendwie sowas also wir haben hier die beste medizinische Versorgung sowieso von Pistolen über Messer äh, endlich ähm, schmeckt das scheiße schön so sind Schweine ich kann mir vorstellen ich kann mir vorstellen, dass die Macher von Rusty Lake irgendwo gelesen haben dass Schweine ihre eigene Scheiße fressen und da haben sie gesagt, oh das muss man ins Spiel geht ihm das Klopapier diese schönen Geräusche oh warte mal, wenn du nach rechts drückst mein Mausrad, dann hast du Schnellfeuermakro oh Gott oh ho durchfall okay, Überlagerung oh, wir machen noch ein Sandwich hier mit Opium ne, mit dem Klopapier gleich kriegen von ihm doch bestimmt noch mehr Klopapier und Scheiße ach, natürlich ach so, wir können ihn noch mal drauf schicken ach, klar so, sagt er jetzt schon wieder noch mal Klopapier okay, cool sagt er jetzt schon wieder, dass er äh ach so, das hatten wir ja gerade schon oder hätten wir noch irgendwas machen müssen jetzt während er nicht da ist holen wir doch ein Sandwich ja, warte können wir ihm die Opiumpfeife vielleicht geben trotzdem über der Hacke wird oder was auch immer man von Opium wird hi ja Opium ja und anzünden streichhölzer stimmt, haben wir ja kann er paffen? macht er schon was? jo der geht ab deswegen nachher Opiumscheiße wir haben shit oh, verkweift Gott verdienst ich wollte gerade sagen alter Schwede oha oi 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 was machen denn eigentlich was machen denn eigentlich die Apf... boah, man sieht ja gar nichts mehr öh, was oha Marco, ich glaube wir haben zu viel Opium geschnüffelt weinst du? mhm aaaah er kreie, hier hast du ein Messer du weißt, was zu tun ist ach so die Lampen auf den Kopf verlassen? mhm man denkt, hey, hier mit Opium, nein, keine Ahnung aber jetzt kann der Opium aus keine Ahnung geben, dass du fressen ja, 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 ja das Schwein soll sich passieren ja, 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 ja mhm ey nicht aufhören so, können wir oben das zerschneiden das Seil rechts genau ah like a candle in the wind können wir die Lampe da ranhängen? nö keine Ahnung was bringt uns denn eine Lampe... wir haben noch die Affen noch nicht irgendwas wird bestimmt mit den Affen wir haben verschiedene Farben blau, rot, grün haben wir irgendwo die Farbe blau, rot, grün bringen wir das aus geh nochmal in den Raum weiter oder eine Ecke weiter da ist noch ein Schrank mit dem Schlüssel kannst du aus dem Fenster gucken? nein, diesmal nicht Opium ist durch da können wir nichts mehr machen wir können ihm jetzt nochmal das Klopapier geben hier eine Kerze ne ne gib ihm nochmal das Klopapier da haben wir schon mal wieder Neues also irgendwas müssen wir in der Zeit machen wo er kommt ähm 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 jetzt haben wir die Lampe warte mal war nochmal runter hm gehts noch weiter runter? fährt das wieder hoch, ne nochmal noch? na ok und die Lampe können wir wieder anbringen oder was? nö nö jetzt haben wir die Lampe äh geht noch weiter hoch? ne hm ok können wir denn irgendwas machen während er nicht da ist? außer mal scheiße aus seinem Klo zu holen und ihm die wieder zum Fressen zu geben da ist das Brett hm aber hier ist zum Beispiel auch noch ein zweites Fach stimmt also da muss man ja auch noch irgendein anderes die Kombination für cannot leave Affen ach so was? dong 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 also auf jeden Fall haben die verschiedene mal zwei drei zwei machen wir den grün ach so den dritten warte mal ne ne ich weiß was das ist ja ich weiß was gemacht werden muss also drück nochmal den ersten ja den zweiten den dritten den zweiten den zweiten ups ersten dritten 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 zweiten dritten aha ok ja gut das war ja easy mein akustisches Gehör hier mein akustisches Gehör voll hast du auch ein optisches Gehör? ja natürlich und ein haptisches schrank links ne ist rechts richtig so jetzt oh zweite Seite aber nicht lange ach guck einer an was zu da was können wir mit der Lampe erhellen geil ok rechts sind die blauen ok mach die blaue wieder ja zack warte erstmal unten durch genau genau kannst du eigentlich nach oben ja so ja n hammer das ist voll der hammer hm mach ihm jetzt auf den Kopf ne einfach auf ihn drauf aha ach so müssen wir die jetzt irgendwie nach oben ach so wenn er weg ist ja wenn er kacken ist dann schick den kacka auf den acker zack ihr schissen Sandwich oh endlich lange darauf gewartet auf dieses kack Sandwich jo weiter 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 ok aha wir hätten dem auch nicht einfach nur mit dem Hammer auf den Kopf hauen können nein oh nein hat sich ja hat sich ausgeschissen öh jo jo und ping katschping vielleicht muss noch weiter raus hä hä ah au ouch aua ouch haha ouch love hurts die sind bei mir gar keine ne kein Bonus Don Bon stimmt Don Bon ach wir haben das Weißweinglas vergessen das haben wir gar nicht gesehen nö wo war das denn es gehörte erst der Taube und nicht die Taube die ganze Zeit Weißwein gesoffen ne doch das ist irgendeiner hat am Anfang ein Glas da hingestellt ja aber das war dann nicht mehr da aber das haben wir eingesammelt ja stimmt keine Ahnung naja wir müssen ja erst noch dinnern naja dinieren wer ist das denn wir ooooh secret recipe ooooh Zigaretten äh Zigarren na dann kocht jemand ne muss auf ihn einfach klicken das was wenn was ist achso continue boah naja so wer ist das denn jetzt ist doch keiner mehr wahrscheinlich der Vogel und wahrscheinlich Mr. Owl das fünfte Dinner ja oder müsste koch wir sollten das zu Mr. Owl bringen ja ist der im Keller oder im Privatraum ah stimmt äh vielleicht so wohl als auch er ist nämlich beides und ihm ist er oh in der Schwung in den Schwung oder noch mal gucken Ja, hier ist aber nichts mehr. Nü, nü. Dann gehen wir. Haben wir einen Knopf? Mal gucken. Nein, okay. Also zwei. Hallo. Ich bin dein, äh, Page. Psychopage. Mr. Oll. Hallo. Hallo Mr. Oll. Hallo Mr. Oll. Ach du Kacke. Ah, er hat gut gespeist. Da, Cigars. Ah, nice. Und da sind wir. Der letzte Essener. Danke für alle Erinnerungen. Und Harvey. Ich bin wirklich glücklich, dass du die Cigars gebracht hast. Das Lack wird sehr glücklich sein. Schau mal die schwarzen Hübschen, bitte? Ja, die ziehen sich ja irgendwie durch die Spiele durch. Oh, der Elchmann. Oh, der Elchmann. Oh, der Passe. Oh, Mr. Hare. Oh, die duffert. Die komische Gocke. Und, ja, haben wir. Wir haben nach dem Kops geguckt. Die Erinnerungen sind nicht nur die Schlüssel für das Vergangenheit, aber auch für das Zukunft. Schau mal. Ah, der Weiße Würfel. Okay, das heißt, die schwarzen Würfel sind irgendwie Erinnerungen? Ah. Würfel, Würfel. Ach so, kann man nicht. Ach so. Ach so. Aha. To be continued. Okay. Äh, rammt. Kannst du jetzt nochmal nach rechts gehen? Ach so. Ach, da kommt man hier wieder zurück. Geh mal nochmal weiter durch, ohne gleich auf den Fahrstuhl zu klicken. Ach so, okay, ne gut. Ja, ist nix mehr. Gut. Dann. Yo. War das. Guck mal auf unsere Rezepte. Ja, leckeres Rosmarie haben wir. Der war richtig scheiße, der Braten. Der war super. Der war wirklich scheiße. Das lag auch an dem Schwein. Das ist so scheiße. Der Zigarren haben wir mitgebracht. Perfekt. Da hat sich gefreut. Henry, hast du gut gemacht. Danke, dass ihr Rusty Lake gespielt habt. Danke, dass ihr Rusty Lake zugeschaut habt, muss ich sagen. Ja. Das war Rusty Lake. Hotel. Dann haben wir das auch geschafft. Dann würde ich sagen, schreibt gerne in die Kommentare, wie hat euch das gefallen? Fandet ihr es besser als die neuen Teile? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, was das mit den anderen Teilen zu tun hat. Ich habe auch keinerlei Verbindung gesehen, außer jetzt die Würfel und die Schattenfiguren. Kommt der Name Henry nochmal bekannt vor? Kommt der nochmal irgendwo? Oh, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ja, genau, die Figuren an sich, diese schwarzen Gestalten, die Insel, naja gut. Aber es gibt ja noch mehr Spiele von Rusty Lake und die werden wir, glaube ich, auch alle spielen. Sowieso. Immer wieder gut. Schreibt gerne in die Kommentare, wie hat es euch gefallen? Wie findet ihr überhaupt die Serie? Würde mich mal interessieren. Und dann sehen wir uns im rostigen See. Hotel demnächst wieder. Und ich würde sagen, bis dahin. Auf Wiedersehen. Hook on.